Es folgt eine Präsentation des World Destruction League Network, dem führenden Sender für weltweite Vernichtung. WDL präsentiert die Mittwochabend War Jets! Also schnallen Sie sich an und erleben Sie den ultimativen Überlebenskampf zwischen Himmel und Hölle! Und nun, live aus dem Land der grenzenlosen Vernichtung, Ihre WDL-Moderatoren, Jimmy Hellcats Jackson und Kate Maxwell!